Liebe Bürgerinnen und Bürger, morgen ist es soweit. Den Advent haben wir verbracht mit Backen, Basteln, Dekorieren, Verpacken. Wir haben über Weihnachtsschmuck nachgedacht, über Geschenke und darüber, wann wir wo mit wem feiern. Jetzt ist es an der Zeit, loszulassen von der Hektik, dem Trubel, den Vorbereitungen. Jetzt ist es an der Zeit, sich einzulassen auf die Menschen, die uns am Herzen liegen, auf Ruhe und Besinnlichkeit, auf uns selbst. Das ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich. Wenn wir uns einlassen, beschert uns Weihnachten Zeit für Sinn und Besinnlichkeit. Ich schlage vor, gehen wir dem Sinn von Weihnachten mit allen Sinnen auf den Grund. Ich wünsche Ihnen von Herzen ruhige und besinnliche Tage, voll Freude und Zeit im Kreise Ihrer Lieben. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Untertitelung des ZDF, 2020